Heute stellen wir vor das Cuvée Classic von Leo Aumann aus der Thermenregion. Die Thermenregion ist so fast der östlichste Rand von Österreich am Neusiedersee, südöstlich von Wien, südöstlich von Wien und sehr geprägt vom panonischen Becken, also sehr kontinentales Klima, sehr warne Sommer, sehr wenig Niederschlag, eigentlich sehr kräftige Weine, aber hier gerade so am Alpenauslauf noch eine gewisse Frische drin. Das ist ein Cuvée aus Zweigild und Malon und durch das Zweigild diese wunderbaren, würzigen, kräuterigen Noten, der Malon macht es ein bisschen weicher, aber Wein mit viel Struktur, mit schönem Gelbstoff, sehr kernig, sehr kantig auch ein bisschen, braucht unbedingt was zu essen dazu, wo im Essen viel Kraft ist, vielleicht zur Scheibe gegrillt. Das Wammer, gern auch was langgeschmortes, der Ragout mit viel Soße in Lamm-Ragout, Rehragout, wo gern auch ein bisschen fruchtige Komponente dabei ist, also beim Rehalu vielleicht noch ein paar Paiselbeeren dazu, weil dem Wein tut ein bisschen Frucht gut, der ergänzt sowas wunderschön. Und sonst auch für die Puristen einfache Rib-Eye vom Grill, wo ein bisschen schön fett mit dabei ist, wunderbar.